Auf geht's zur PB-Mission. Das ist mein großer Plan. Deswegen bin ich hier auf Volt und die Angara. Ja, ja, ja. Machen wir bestimmt auch noch was. Aber das ist nicht meine Priorität. Wir müssen hier ihr Eisplaneten selber klären. Jetzt kommen wir später nochmal wieder zu euch zurück. Ich kann mal ein bisschen den Weg finden. Geht's hier lang. Geht's hier raus. Und wir sollten mal einen eigenen Stützpunkt hier anlegen auf dem Planeten. Das ist ein bisschen einfacher, aber mit dem Umherreisen. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Danke, Sam. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Eine Position. Errichte Aufklärungsposten. Viel Glück, Ryder. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Gut, das aber aussieht. Das ist echt hübsch. Und Aufklärungsposten. Dann kann ich jetzt hier einen Nomad bestellen. Abbauzonen wurden ihrem NARP-System hinzugefügt. Gartenmeinder. Umgebungstemperaturen... Okay, Sam. Was hält Volt für uns bereit? Die CAT-Aktivität scheint sich um diesen großen zentralen Kommandoposten herum zu konzentrieren. Laut Information des Widerstands koordiniert die Basis alle militärischen Aktionen der CAT auf Volt. Und wenn wir sie ausschalten, sind ihre Operationen lahmgelegt? Theoretisch ja. Aber angesichts der Probleme, die der Angara-Widerstand bei der Infiltration der Basis hatte, dürfte das keine leichte Aufgabe werden. Ich empfehle ein vorsichtigeres Vorgehen, das mit der Untersuchung kleiner Raketanlagen beginnt. Was ist mit den Angara? Dem Widerstand. Wie ist deren Status? Die Nachrichten des Widerstands deuten darauf hin, dass jemand in Hijara Hilfe benötigt. Wir könnten Techniks besuchen. Einen größeren und etablierteren DAR der Angara in der Nähe. Klingt gut. Danke, Sam. Pathfinder. Die Temperatur auf Volt liegt überall weit unter dem Gefrierpunkt. In manchen Gebieten ist es sogar noch unwirtlicher. Das macht den Einsatz des Nomad unbedingt erforderlich. Ich rate von längeren Aufenthalten in der Kälte dringend ab. Verstand? Nicht den Wagen schrotten. Unsere Scans haben Monolithe der Relikte geortet, was die Anwesenheit eines Gewölbes nahe liegt. Und das heißt, wir können diesen Eiswürfel vielleicht zum Schmelzen bringen. Okay. Damit ist klar, was wir zu tun haben. Legen wir los. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Okay. Viel Ausnahmöglichkeiten, wo ich jetzt hier langfahren kann. Das macht immer mehr Spaß. Habe ich jetzt ja nicht, von daher. Der Nomad hat doch Sicherheitssysteme für den Fall, dass wir abstürzen, oder? Ach, PeeWi. Trau mir. Ich bin ein super Fahrer. Gut, bin wir bei der Tempest? Wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte nicht zur Tempest. Kann ich einfach da runterbrettern, oder wie? Wie funktioniert denn der Quatsch? Probieren wir es einfach mal. Die Temperaturen liegen im Normalbereich, Passweiler. So, ich will Richtung Südosten. Geht auch. Aber wie cool die durch den Schnee zu brettern. So, holen wollen wir. Aufklärungsposten. Ich wegrein, fändern. Aufklärungsposten mitnehmen. Und die Erinnerung. Das Auslöse einsammeln. Ich dachte, da kann ich einfach durchbrettern. No. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem NAV-System hinzugefügt. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Angegessen Mühe. Nomad. Dann halt nicht. So, ein bisschen das Autopimpen anscheinend. Die Fenster beschlagen von innen. Gibt's hier denn kein Enteiser? Kein Wort mehr. Oder ich schwöre, wir drehen wieder um. Selber ist hier ein bisschen heiß machen, Pini. Noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen ihres Vaters ist jetzt zugegeben. Okay, dann. Standard für Außenposten. Wir müssen eh erst die Dings wieder anschalten. Standard. Aber wir können trotzdem jetzt hierhin brettern. Wieder nach Südosten einfach. Das ist ein Ketschel. Moin. Oh, ich kümmere mich ein andermal. Sie sind immer schnell dabei, wenn's darum geht, in die Scheiße zu stiefeln. Vielleicht sollten Sie's langsamer angehen lassen. Von hier aus sieht es so aus, als sollten Sie mal auf die Tube drücken. Nachricht an die Salze. Ein Kettlager. Okay, jetzt noch ein Stück weg. Ihr macht das schon, da. Ein bisschen mehr Boost könnte ich auch mal gebrauchen. Wollen wir schauen, wo ich jetzt hier... Ah, gut, dass ich nicht da runtergefahren bin. Da hin. 14%. Pathfinder. Dieser Ort würde sich für einen Außenposten eignen. Aber der Planet ist noch nicht bewohnbar. Dann müssen wir hier noch ein bisschen, äh, die Lebensfähigkeit erhöhen. Noch ein eidetischer Auslöser, Sam. Eine der Erinnerungen Ihres... Ah, das ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Samkern auf der Hyperion. Okay, 40%. Das heißt hier Gewölbe. Wo sind denn noch ein paar von den Schnellreisepunkten? Hier unten eher nicht. Da ist noch ein Änderungsauslöser. Hier müsste Peebies Mission sein. Fahren wir doch hier rüber. In die Richtung. Jihau. Meine alten Knochen werden langsam steif. Müssen Sie echt jede Bodenwelle mitnehmen? Da vorne sind Kett. Ist cool gemacht. Man ruft hier so ein bisschen, wo das Eis. Wir sind jetzt in der Verfügung, über Verteidigungsmaßnahmen, Pathfinder. Kett, an der Brücke. Wo Kett sind, ist der Ärger nicht weit. Wir müssen uns darum kümmern. Warum die Pistole, Pibi? Warum nicht etwas mit mehr Gewicht? Ich bleibe gerne leicht und wendig. Aber Sie haben Biotik? Sie können mich leicht und wendig machen. Sie sind schon so gefährlich genug, alter Mann. Kann ich mal so klein im in die Planeten. Das ist Tashiks. Zumindest laut meiner Karte. Okay. Der Weg zeigt ja gar nichts Genaues an. Auf ihre Basis hier. Nordosten. Abbauzonen wurden ihrem NARF-System hinzugefügt, Pathfinder. 16% sind wir jetzt. Hey, könnten Sie mir mal helfen? In Ihrer Nähe ist ein getarter Pirscher. Ich habe ihn verloren. Ähm. Krag mich. Das ist die Ruinen, die wir suchen. Zeit, ein bisschen Tech mitzunehmen. So, kann ich noch kämpfen? Ich bin. noch ging doch was kämpfen wir noch nein jedes mal dummer umgehebeln fehlen die glüten sind noch nicht komplett wir sollten vielleicht nach weiteren suchen anscheinend ja ich frage mich ob der scanner irgendwas anzeigen würde es ist ja nicht so wahnsinnig viel angezeigt eine hier ich ordne in diesem gebiet keine weiteren hüfen das ging fix so doko spielen müssen wir einfach so druck werden zwischen echt kompliziert nicht a drücken das ein beliebter fehler von mir ist so keine ahnung aber so auf jeden fall na gut das ist ein relativ einfaches ja weil ich habe schon gedacht das habe ich noch fehler gemacht da war ich zu faul alles noch durchzugucken das ist immer wenn man einmal einen falschen setzt hat man auch die falschen schlussfolgerungen und deswegen lieber einmal richtig gucken so jetzt fangen wir mal richtig an zack 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 das ist auf jeden fall richtig dann haben wir hier das ziemlich einfach sondern mal die schon mal alle einsortiert dann nehmen als nächstes dieses komische ding und das kommt auch hier rein dann kommt das hier rein und hier rein und dann bleibt nicht mehr viel übrig dann haben wir nur noch das hier an die jeweiligen position danke sehr gut weiter können sie das für ihr projekt gebrauchen baby sieht so aus echt coole rell tag ja eine abkürzung die ich mir ausgedacht haben steht für relikte und schon kapiert immer wenn wir auf ruinen wie die wir können also schon noch ein bisschen was hier mitnehmen schon unterwegs sind erinnerungsauslöser ist wichtig dann kann man natürlich außenposten errichten 40 prozent diese monolithe gehen auch recht fix ich nehme eben den mit der liegt richtung aus die so ein bisschen vielen dank besuchen sie mich mal auf dem schiff ich gebe ihnen dann einen aktuellen status bericht über das projekt ne darauf setze ich doch wow ich habe noch nie jemanden getroffen der so viel totes zeug mit sich rum schleppte doch haben sie das ist die kehrt glauben sie finden dort irgendein relikt unsere leute können den schild nicht durchbrechen er wird von der hauptkommando basis ausgesteuert cool automatische protokolle aktiviert errichte aufklärungsposten mal kurz warten bis er wirklich hier ist dass ich das nicht irgendwie außerdem abbreche so dann reise ich mal hier hin hole den erinnerungsauslöser mit ab dann gucke ich mal nach dem monolithen nebenbei wenn man das auf 40 prozent bringt wäre das schon ziemlich gut so richtung osten einfach erinnerungsauslöser bei manchen steht gar nicht dabei was es ist das ist ein bisschen komisch hier weiß man es und was ist das keine ahnung zeug zeug so 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 fahr ich auf den richtigen zu naja tue ich unbekannt stopp 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 ich bin schon auf der bergspitze versteckt sam noch ein erinnerungsauslöser eine der erinnerungen ihres vaters ist jetzt zugänglich kehren sie zum samkern auf der hyperion zurück zur hyperion muss jedes mal interessanter ort und zurück um mehr zu erfahren diese relais transportieren energie über große entfernungen sie wissen dass sie mir immer noch ein seismometer schulden ich bin nicht das genie das es rumliegen hat lassen nein sie sind der törpel mit den großen füßen der darüber gestolpert ist ich dachte sie wäre gut beim reparieren und dann ist ihr hintern darauf gelandet und hat es zerquetscht sie geben ihre niederlage also zu höhle abbauzonen so alles mitnehmen einfach abbauzonen wurden ihrem navsystem hinzugefügt pathfinder ich habe großen respekt vor dem angara so wie sie kämpfen fast wie koganer sie sind ein sehr hoffen wie lange kämpfen die angara schon gegen die cat für sie muss sich das doch wie eine ewigkeit anfühlen aber ich glaube da hochkommend wie krass das aussieht wo so schnell mal ganz kurz auf die karte gucken und auf dem richtigen weg bin ich aktiviere automatische errichtung von aufklärungsposten steine klopfen das andere wissen wir nicht so natürlich zu den monolithen dass das was als nächstes ansteht glaube ich über die schnellreise dahin gehe ich gucke mich wie ich für einen monolithen bekomme nein hallo schnell reisen was während des kampfes deaktiviert deswegen welcher kampf gleich jetzt sind während des kampfes deaktiviert na dann gute arbeit gleich jetzt danke welcher kampf ich weiß von keinem kampf so bin ich überhaupt zum richtigen gereist einigermaßen so stumpf nach süden das ist was anderes und dennoch sind wir irgendwie am selben ort gelandet wolf Ich bin nur noch ein kleines das ist was es ist ja schon mich ich bin auch noch einigermaßen ich bin auch noch einigermaßen Ich könnte hier leben, aber okay, ich könnte vermutlich überall leben. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist wieder online. Wut. Mit einem Scan müssten Sie die fehlenden Glyphen finden können. Eines da oben. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Ich frage mich eigentlich nicht, bin Sie mir sicher, dass ich das machen würde. Eins, zwei, drei. Okay. So, die erste. Und die zwei da oben. Ups, nicht festklitschen, Ryder. Geben Sie sich Mühe. Barfinder. Das sieht professionell aus. Das müssten jetzt genügend Glyphen sein. Sehe ich ganz genau so. Ab und zu Doku-Zeit. Okay. Dann fangen wir doch mal an. Dumm, 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 dumm. Und checken das mal aus. So. Fangen wir mit diesem Boomerang an. Den tun wir mal hier rein. Dann könnten wir als nächstes... Hm. Mit diesem Y können wir da schon irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen. Nicht so richtig. Doch, hier unten können wir. Das Y kommt hier rein. Dann tun wir das Y hier oben hier hin. Und hier unten kommt es da rein. Dann haben wir in dieser Reihe einen fertigen, den wir da platzieren können. Und hier kommt... Das Ding. Das Ding. Manche hat man irgendwie nicht so geile Namen, leider. Das heißt, er kommt auch hier rein. Können wir auf die Art und Weise schneller machen. So. Das heißt, hier oben... Ja, mit Namen... Kann ich euch einmal in den Gedankengängen manchmal nicht so gut teilhaben lassen. Weil die Namen halt etwas... Nicht unbedingt... Boomerang war das. Und Y... Oder ein Zweig. Aber mit anderen Sachen tue ich mich halt ein bisschen schwerer. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich keine Flüchtigkeitsfehler mache. Und das passiert nämlich manchmal recht schnell. Ja genau, irgendwas habe ich jetzt hier schon falsch. Gucken wir mal ganz kurz. Das geht da lang. Da habe ich den ja schon, deswegen... Alles klar. Dann kommt das hier rein so. Was habe ich gerade falsch gesagt? Ich habe gerade falsch geguckt. Okay, so müsste es richtig sein. Das sieht auch gut aus. Sehr gut. Ihr Interfacing war erfolgreich, Pathfinder. Der einzelne Monolith bringt gar nichts für die Lebensfähigkeit oder wie. Wird schon ein bisschen mehr erhofft. Eigentlich will ich auch dringend mit Pibi sprechen. Ich will überhaupt nicht hier... Eure Monolith muss... Ne, überhaupt die anderen... Hö? Haben wir nicht vorhin alle drei gesehen? Die waren doch hier unten. Achso, die wird jetzt automatisch mit dem... Damit überschrieben. Dann gehe ich einfach nach Süden. Jetzt mache ich das eben noch zu Ende. Dann fahre ich zu Pibi. Pibi kann auch kurz warten. Frauen warten gerne mal. Damit kein Problem wird. Ich registriere eine Temperaturabfall. Ich habe immer gute Erfahrungen mitgemacht. Und dann hier die Cat. Da, die Cat hat mein Lager aufgeschlagen. Ich muss ja gerne den Arsch abfürieren. Ja, kommen Sie! Zisch, zisch. Zisch, zisch. Ich habe die Fahrer aus. Wie kommt es, dass sie so leuchten? Ja, das ist absolut unglaublich. Ich lebe schon ewig, aber sowas wie das hier habe ich noch nie gesehen. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Was ist das denn? Da drin müssen... Okay, hier sind nur ein paar Glyphen drauf. Das ist ja abgefahren aus. Ich überlege gerade, ich lasse an den Nomad nicht hier. Dann muss ich nachher gerade zurücklatschen. Das muss ja nicht sein. Na komm. Ein paar Schnur los an, ja. Was ist da hinten eigentlich los? Aber meine Taktik funktioniert ja nicht ganz so. Das ist ein Relics. Der gibt das Kino. Ja, macht das mal. Ihr macht das mal unter euch aus, Kinders. Autsch! Ich habe gesagt, ihr macht das unter euch aus. Ich muss ein bisschen ausfinden, wo man jetzt hier die Monolithen aktiviert. Jetzt irgendwo rein. In der Tat. Hoffentlich fehlen mir nicht allzu viele Glyphen. Das wäre sonst ein bisschen mühsam. Ich hätte nichts gesagt, was ich schon alle habe. Von daher befürchte ich... Okay. Wir sollten nach weiteren Glyphen suchen. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Die einzige Leitung geht nach da. Da habe ich auch schon zwei mitgenommen. Hoffentlich ist das hier drin. Und ich muss nicht mal raus... Oh, da ist eine. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Karl-Fighter. Guck gehabt. Die haben die von außen schon mitgenommen. Oben rechts steht ja auch drei von drei. Können wir auch da mal hinschauen. So, Doku-Time. Mit welchen fangen wir denn an? Fangen wir doch mit dem hier an. Dem hier. Wisst ihr schon was genauer, was ich meine? Na, das da. Ist ja wohl klar. Eins, zwei, drei, vier. Können wir mit dem Bumerang schon was anfangen? Der Spalter muss jetzt der Bumerang hier unten sein. Das kann ich noch nicht ganz machen. Aber hier kann ich natürlich den letzten einfach eben im Ausschlussverfahren machen. Das passt. Der kommt hier rein. Und dann kommt der Bumerang hier rechts. Und hier rein. Und hier rein. So langsam habe ich den Bogen raus. Moin. Wo kamst du denn her? Und vor allem, warum kamst du her? Ich will doch nur hier wieder raus. Lass dich mal in Ruhe. Ich will doch gar keinen Stress. Ich suche nur den Ausgang. No. Ich bin für den Rest aller Zeiten jetzt hier drin gefangen, weil ich den Weg raus nicht mehr finde. Wo ging es hier raus? Ja. Ja. Das ist in der Tat bisschen. Hier vielleicht? Oh ja. Oh ja. Oh ja, Baby. Und jetzt machen wir auch den letzten Monolithen klar, mit denen wir uns den Teil abgeschlossen haben. Den Aufklärungsposten nehme ich eben noch mit. Und dann ist der letzte, da ich den von hier am besten angehe. Weiß ich nicht. Jetzt fahre ich einmal sinnlos drumherum. Dann hätten wir doch mal die Winterreifen aufziehen sollen. Jetzt fahre ich ihn wieder hin. Dann hätten wir doch mal die Winterreifen schon mal die Winterreifen gehen. Sie sind ja so weit weg. Und jetzt dahin, fast komplett nach Westen. Oh, Gas. Ich weiß ja nicht mehr, ob man dann nur das Gewölbe freischaltet oder ob man auf einen Schlag gleich einige Überlebenspunkte bekommt. So von den Prozentpunkten. Das werden wir gleich erleben beim dritten Monolithen. Wir sollten es bald da sein. Parfinder, ich empfange ungewöhnliche Werte von der nahe gelegenen Reliktstätte. Sie sollten dem vielleicht auf den Grund gehen. Vielleicht. Ich bin hier noch entfernt. Nicht mehr weit. Ich habe gerade gefragt, wo das wohl ist. Mitten im Berg ist es. Undokumentiertes Mineral in der Nähe Pathfinder. So, kann ich wieder zu Fuß gehen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Nein, nicht Exfiltration. Bein das falsche Gegrüß. Na, erstmal drei Glyphen finden. Steht ja schon oben rechts. Dann. Bitte nicht außerhalb. Eins. Zwei. Das haben wir auch so nebenbei mitgemacht. Wo gehen hier hin? Das ist aber ein bisschen verwirrend. Wo gehen hier hin? Hm. Ich bin ein bisschen ungeduldig, wie man merkt. Das ist vielleicht nicht ganz so hilfreich. So, das geht doch. Das führt doch einfach hier hin. Dann ist die Glyphi irgendwo auf die Seite gemalt. Und so piept es immer kurz, als ginge da was schon. Aber ich sehe es nicht. Ah, da. Danke. Ja. So, und eins ist da oben drauf. Die Frage ist, wie komme ich da oben rauf? Das sieht mich nicht so zugänglich aus. Vielleicht von hier. Ah, guck mal an. Warum nutzen wir denn nicht das? Ganz reicht es aber noch nicht aus. Ob ich noch irgendwie die Reliktkonsolen aktivieren muss. Haben wir noch irgendeine andere Konsole? Um diese Säulen zu verschieben. Wenn der Nomad im Weg steht. Na, die Konsole lässt sich nicht aktivieren. Gibt es mal übersehen? Ich muss was übersehen. Komme ich. Ups. Untergefallen. Komme ich jetzt irgendwie da rauf? So kann es natürlich auch gehen. Einfacher als gedacht. Und da sind gleich zwei Glyphen dran. Dann passt es ja schon. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Nein, das sieht gut aus. Dann bleibt das. Okay. Dann haben wir das hier fertig. Nicht, dass ich das doppelt habe. Nein, das sieht gut aus. Okay. Ich löse es einfach mal schnell, ohne allzu viel zu erzählen. Jetzt komme ich mir selber hier durcheinander. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Das sind Satellitenschüsse, dann nenne ich das. Satellitenschüsse. Kommt noch einmal hier rein. Dank. Das war's. Nooo Damit schaltet man nur das Gewölbe frei Das ist auch nicht so schlimm Aber ich dachte Damit würde ich auch jeweils schon Praktisch ein paar Kleinigkeiten Bei der Lebenserwartung Lebenserwartung, Lebenserhaltung Freischalten Aber nein Das Gewölbe ist freigeschaltet Wo ist denn das Gewölbe Gewölbe Zugang Hat er das vielleicht automatisch markiert Das Gewölbe hier Gewölbe Zugang Aber Gewölbe Zugang ist gar nicht das Was ganz oben auf meiner Prio Liste steht Sondern PB steht oben auf meiner Prio Liste Das haben wir jetzt lange hier mit zugebracht Das heißt zurück auf die Tempest Und PB besuchen Und Vielleicht hat das ja auch was mit dem Gewölbe zu tun Oder mit irgendwas anderem Was hier so auf Boat zu tun ist Das werde ich dann sicherlich Gleich erfahren Das Abheben schauen wir uns eben noch an Dann sehen wir uns in der nächsten Folge Von Mass Effect Andromeda Bis dann Dann sehen wir uns in der nächsten Folge Dann sehen wir uns in der nächsten Folge